Hallihallo Freunde der Nacht! Ja, es geht jetzt los und ja, ich ändere weiterhin noch so ein bisschen meinen Stil in den Videos. Ich bin da echt so ein bisschen noch am feilen. Ich finde es mega geil, wie ihr das Video halt, in dem Fall ja gestern, ich sehe es ja heute, wie ihr das Video von gestern mit dem Queen Walk einfach so geil fandet. Vielen vielen Dank dafür, für die Kommentare. Und ja, da sehe ich halt eben auch, dass sich was ändern muss. Also sprich, wirklich, ich weiß ja, wie lange ich da einfach gesessen habe, schneiden und so weiter und so fort. Ach, was ist das? Jetzt kommt erst mal das Intro. Oh, ja, erwischt. Product Placement. Nein, erst mal hier Energy Drink ein bisschen gönnen, weil ja, also wir haben es jetzt momentan, genau, dass ihr einfach nochmal so ein bisschen reinkommt. Wir haben es jetzt halb sechs. Ich hatte mega viel mit der Arbeit zu tun, aber das ist vollkommen safe, alles cool, freut mich. Und nächste Sache noch zusätzlich, ich habe nächste Woche Urlaub. Das heißt also, je nachdem, was ich heute noch hinkriege, könnte ich mir vorstellen, dass ihr vielleicht bis Sonntag oder sowas sehen könnt und danach nichts mehr, weil ich dann halt Urlaub habe. So ist es halt, so ist das Leben. So, cool. Und ihr seht, meine Pokis ist fast das High gewesen. Ich glaube, 31, 37 war das High. Genau. Und ich habe einfach wirklich, ich habe dann irgendwann heute früh dann gleich gedacht, okay, wenn du jetzt wirklich immer über den Tag, wie gesagt, nicht, ich sitze nicht vom iPad und bin daueronline, dann ist das eine andere Geschichte. Aber über den Tag beim Angriff halt irgendwie fünf Pokis mache und dann halt wirklich danach irgendwie eine 20-Pokey-Klatsche kriege, ist das nicht so ganz produktiv, vielleicht sogar so ein bisschen kontraproduktiv. Und deswegen dachte ich mir, gut, okay, komm, jetzt muss was passieren. Ich habe wirklich das DLX rausgestellt und habe einfach mal, ich zeige euch den Log. Kleinen Moment. Hier. Hier seht ihr das mal. Das waren insgesamt zwölf Minuten. Da habe ich 94 Pokis gemacht. Das muss man sich mal geben, ja. Und das lief richtig mega. Und danach aber nicht mehr so doll. Klar, ich habe Alex als Dunkles verschenkt, logisch. Aber das haben die eh bekommen, wenn sie meine Base geplättet haben. Von daher safe gewesen. Passt, ist nun mal nicht anders. Und wenn ich halt hochkomme und dann wenigstens meine 2k Gems bekomme, ist das legitim. So, anfordern würde ich doch gerne noch, weil ich halt im Angriff glänzen möchte. Das schneide ich euch natürlich dann wieder zurecht. Und dann lasst uns mit dem Video loslegen. Bis gleich. Bei der Base bin ich halt echt am überlegen. Hätte er ein paar mehr Pokis, hätte ich gesagt, gut, okay, kille ich den. Aber wenn ich da, obwohl ich könnte, ja, das lohnt sich aber nicht. Ganz ehrlich. Das lohnt sich nicht. Das ist, ähm, stehst du da mit offenem Haar, ohne Gisela. Möchte man das wirklich? Zumal mit offenem Haar. Jackpot, Baby. Jackpot. Ziemlich coole Nummer. Ich meine, ich könnte mir sogar noch das dunkle Snacken. Mach ich auch. Bei, ganz ehrlich, bei 30 Pokis. Ich meine, ich finde das richtig super, dass er das draußen zu stehen hat. Ich finde das auch echt eine coole Nummer. Ich muss ihn aber trotzdem komplett angreifen. Weil, klar, wenn ich jetzt nochmal irgendwo 10 Pokis geschenkt bekomme, in Anführungsstrichen, dann, äh, nehme ich die natürlich auch noch mit, klar. Und dann, äh, gehen wir hier Queenwalk-mäßig mal richtig ins Gefecht. Ich will aber nicht gleich alles verballern, weil, oh, sorry. Ich wollte jetzt hier nicht irgendwie ins Mikrofon rülpsen. Das muss nur nicht sein. Ja, der Guzo hat ja dazugelernt. Nee, muss einfach, also man, das mag vielleicht auch am Anfang so, vielleicht so ein bisschen witzig sein und wie auch immer, aber ein gewisses Niveau darf man gerne haben. Das, äh, sollte schon irgendwo drin sein. Jetzt könnte es aber, genau, jetzt könnte es sein, dass sie darüber nicht, ja doch, will sie doch, hi, cool. Hätte ich nämlich, genau, die Mauerbrecher wollen nämlich nicht ganz genau. Macht auch Sinn. Weil, warum sollen die da lang wollen, sage ich jetzt mal. Da denkt man sich natürlich dann auch, äh, ja, macht keinen Sinn wirklich. Jetzt wollen sie aber da lang. Sehr geil. Ziemlich cooles Schnitzel. Sehr geil. Sehr geil. Und jetzt können wir hier alles klar machen. Also, das sollte jetzt ganz easy gechillt sein. Die Skelette, die sollten mich jetzt nicht wirklich anfixen. Das passt. X-Bow ist gleich down. Passt. Und jetzt halt wird die Tante immer hier reingeschickt. Und mal gucken, was sie hier alles auseinandernehmen kann. Ja, immerhin, immerhin, die Mauer ist schon mal ein bisschen angehittet. Und ich sehe gerade, ich habe noch den kleinen King. Den möchte man natürlich auch sein Ding schwingen lassen. Ja, den musste ich jetzt unbedingt bringen. So, King macht da sein Zeugs. Okay, passt. Luftfeger müsste gleich down gehen. Das ist auch in Ordnung. Also, da geht sie bestimmt gleich als nächstes drauf. Einwandfrei. Super gemacht. Queen, du bist meine Queen. Fertig ist das Ding. King ragen wir mal. Queen muss noch nicht geraged werden. Passt. Ja, ich meine, ihr guckt es euch einfach mal an. Das sind jetzt einfach theoretisch nur zwei Helden. Es ist ja nicht wirklich viel mehr. So, und jetzt? Genau, jetzt geht sie da auf die schon angehittete Wand. Ist natürlich ziemlich cool. Jetzt gibt es natürlich noch ein bisschen LX, äh, DLX for free. Klarer Fall. Ja, das ist ziemlich nett. Das ist ziemlich nett. Wie gesagt, ich, es tut mir leid, Sniperhawk, aber im oberen Bereich macht natürlich jeder seins. Das ist ja auch ganz klar. Ähm, und mir geht es einfach wirklich darum, ich will halt erstmal jampt werden. Ich will die 2K-Gems. Ganz klare Geschichte. Und, äh, dann, oh, krasses Fert. Junge. Übel abgezogen. Und jetzt sogar noch die CB-Lehrmachung hier mit seinem DE. Na klar, wie gesagt, also DE-mäßig habe ich ja nun megamäßig verloren. Ganz klare Geschichte. Also ich habe da jetzt wirklich heute früh bestimmt 15K mehr. Bestimmt 20K gelassen. Aber das habe ich wirklich mit zwei lachenden Augen, nicht mal mit einem weinenden Auge gemacht. Das habe ich gerne weggegeben, weil ich mir echt gesagt habe, ey, komm, dann gehst du wieder ein bisschen was hoch. Wenn du da wirklich gut 100 Pokis, äh, gut gemacht hast, dann ist das schon ganz in Ordnung. Ich bleibe online und hab hier, oh, sehr cool. Doch, hier, ihr seht es selber, guckt mal, hier, für einen Pokal. Und dann dachte ich mir, ah, bestimmt werde ich dann in der Verteidigung vielleicht wieder gewinnen, weil er halt mir nur das Dunkle wegnimmt und dann war, äh, wieder eine übelste Klatsche bekommen. Schönes Ding. Ähm, aber ansonsten, genau, ich, ich möchte euch das mal gerne zeigen. Genau. Also ihr seht es, ich bin wieder fresh drauf, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es die Verteidigung war. Wo man dann halt wirklich sieht, dass die, weil man denkt sich auch sonst, warum dieses Zwiebelmuster, warum? Macht das wirklich Sinn? Und wie die dann wirklich so einmal ringsherum um das Rathaus rumgehen und das Rathaus selber nicht wegknallen. Das fand ich ziemlich cool. Also ich glaube, das wird es auch gewesen sein. Gucken wir mal. Also hier logischerweise halt rumgelaufen, klar. Da hat der meinen Drache vergiftet. Ey, ich hole gleich die Tierschützer, ja? Junge. Gibt es so was? Genau. Der hält natürlich noch schön weiter. Aber hier seht ihr halt, ja, der Drache managt das halt, klar. Aber von hier nach da, beziehungsweise von da, 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 da. Und bei einem anderen ist es wirklich einmal komplett rumgegangen. Also das war ziemlich nice. Aber, naja. Also, wie gesagt, Champion werde ich ohne Probleme so erreichen. Aber alles andere ist schon, äh, für mich als mittlerweile, ich sag jetzt mal alten Farmer, ähm, nicht mehr so, nicht mehr so ganz, ganz easy zu realisieren. Sagen wir es mal so. Ich bin da ganz ehrlich. Aber wie gesagt, äh, Champ sollte auf jeden Fall, äh, drinne sein. Ich lasse euch mal kurz teilhaben. Hier sind wir gerade im CW. Also ich natürlich nicht. Ich halte mich da raus. Äh, und der Hondo greift gerade an. Gucken wir mal. Ich wollte gerade sagen, boah, alter, die Helden sind auch schon so hoch. Aber klar, das ist ja exakt mein Level. Ähm, ziemlich geil. Ich muss auch echt sagen, also ich hab jetzt bei mehreren Angriffen echt gesehen, wo ich mega überrascht war, wirklich der King im Rage, was der dann echt geballert hat. Also, das ist echt übel, wie schnell der echt doch eine richtig fette Mauer durchballert. Das ist schon echt krass. So, jetzt gucken wir mal, was hier überhaupt geht. Also die, die Schweine hier sind gerade noch so hier, hier jetzt der zweite hier, beziehungsweise dritte hier, gedroppt. Ähm, aber ich denke, die sind K.O. Da geht nicht mehr viel. Alter, das Ding. Ich meine, die Queen ist noch, ja, Glück gehabt. Ja, okay. Von daher holt er das Townhall noch und dann müssten es auch noch 50% werden. Das sollte auch passen. Aber, echt eine mega knappe Kiste auf jeden Fall. Sehr gut, 48%. Dann gucken wir mal, genau, ja, ja, einwandfrei, super. Also doch noch ein Two-Star. Einwandfrei auf die Nummer 1. Wir sind dabei. Es lebe Deutschland und Österreich und die Schweiz und, ach, alle Länder. Vollkommen egal. So, passt. Ja, mit den Kubis ist da nun nicht anders. Aber, ganz, 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 ganz wichtig. So ein Ding kann megamäßig in den Sack gehen. Aber, sowas von direkt in euren euren eigenen Sack werdet ihr bestimmt auch schon gehabt haben. Folgende Sache. Ihr denkt euch, ach komm, hier Truppen droppe ich hier und fertig. So, und jetzt kommt der Knüller. Ich meine, hier wurde vorher schon aufgeräumt. Da kann nicht mehr fallentechnisch was ankommen. Was ist denn aber? Wir haben hier definitiv alles schön am Start. Bogeys, Bogeys, die 50% sind definitiv drin. Man ist bei 48% und denkt sich, ach komm, ich hab die Kobis, lass mal reinhauen. So, die Kobis lösen eine Falle aus, also irgendwelche Sklette und dann heißt es auf einmal, äh, ja, schade, meine Gebäude stehen aber noch da, die ich noch ziehen wollte. Hm, ganz, ganz wichtig. Lasst euch das vom Guzoa nochmal sagen. Ich wollte es nur gesagt haben, nicht, dass einer weint im Nachhinein. Also von daher muss man da echt richtig dabei sein. So, ich brauche, nee, da braucht jemand Verstärkungstruppen, die kriegt er auch und dann hauen wir da mal Bogeys rein. Ich hau hier jetzt echt, klar, ich meine, es sind nur Bogeys, ganz klare Kiste, aber ich hab halt auch gerade wirklich nochmal im, im Clan halt wirklich erwähnt, dass halt wirklich gespendet werden muss. Das ist momentan echt gerade so ein bisschen low, weil es kann einfach nicht sein, guck, guck mal rein kurz, nur mal so von der Sache her. Also das ist hier nicht jetzt ein, ich düsse den Clan. Keine Sorge. Jetzt sind es gerade 19 Minuten, aber wir hatten vor kurzem gerade was mit irgendwie zwei Stunden noch was und das geht halt leider nicht. Also auch wenn ich jetzt sage, okay, ich mache eine Anfrage für einen Golem, verstehe ich vollkommen, der braucht eine Weile, bis er gebaut wird und so weiter und so fort, aber ich sollte nicht zwei Stunden für einen Golem warten. Das ist eine Sache, die geht nicht und besonders im CW gerade no go. Wie gesagt, ich bin nämlich sonst immer derjenige, der immer, komm hier, gemme ich dir im schlimmsten Fall, bloß ihr seht es gerade selber, gemmäßig ist bei mir gerade nicht so dolle und weil die halt hier, guckt mal hier, hier eben auch schön eine zumindest geboostet, dass ich mir gedacht habe, gut okay, ich habe genug Heiler noch, das passt, da muss ich jetzt nicht zu OP werden, aber halt, dass ich wirklich sage, gut okay, für den Rest, für meine Low Troops sozusagen, muss ich halt den Boost reinballern, dass ich da ein bisschen safe dabei bin. So, gucken wir mal, was noch geht, achso genau, haben wir, ja, Spells passen und jetzt ist die Sache nämlich die, ich will das ein bisschen unübersichtlicher machen hier mit dem, mit dem ganzen Zeug, deswegen habe ich das hier noch nicht abgebaut und dann passt das halt. So, ha ha ha, jetzt, wenn ich genug, wenn ich genug Mauerbrecher habe, danach geht der Rest relativ fix, genau, das passt, ich quatsche wieder viel zu viel, ich skipp euch wieder raus, bis gleich. Hier möchte ich euch noch mal ganz kurz was zeigen, also ich habe jetzt wieder weiter geskippt, das sieht man, also fällt mir immer so auf, jetzt hatte ich einen mit einem Pokal, genau, jetzt fängt nämlich diese Sache wieder an, jetzt springt er, gucken wir mal, ob es so bleibt, genau, jetzt springt er die ganze Zeit Low Gegner ab, wo du wirklich sagst, gut, okay, die kannst du killen, aber Poké-technisch springt das gar nichts. Ist euch das auch aufgefallen? Also ihr habt eine ganze Zeit lang, kriegt ihr nur Townhold 10er, die ganze Zeit durchweg, ich sage jetzt mal 20 Dinger hintereinander und auf einmal, bam, ein Poké, zwei Poké, drei Pokés, also das ist irgendwie ganz kurios, jetzt wird best, würde ich jetzt mal tippen, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, jetzt gleich nochmal an Townhold 9er kommen. Ne, okay. Oh, ich lag falsch, aber wisst ihr, wie ich es meine, also auf einmal, ihr denkt euch, oh, Townhold 10, Townhold 10, Scheiße, und dann auf einmal, bam, 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 aber halt in Kristall 1, wo ich Meister 1 bin, ja, läuft bei denen, kriegst natürlich nichts und den Zahn habe ich mir selber auch jetzt mittlerweile gezogen, habe mir einfach gesagt, gut, okay, aber hier der, entschuldigt bitte die Ausdrucksweise, wenn ich von hier reingehe, bloß wenn die Queen weg ist, dann ist sie weg, ne, ist mir, ist mir zu tricky, ich meine 14, das, das ging schon noch, 14 ist besser als 6, aber bei der 6 spare ich mir erstens die Mauerbrecher und zweitens höchstwahrscheinlich einiges an Heiler, die nehme ich, das ist sehr übersichtlich und zwar fangen wir da hier an und setzen die Heiler, weil, man muss ja gucken, wie sieht es hier aus, jetzt denke ich, wird sie sich in dem Bereich aufhalten, sie wird jetzt nicht rüberlaufen, denke ich, so und jetzt müsste hoffentlich gleich hier auch die, die Air Defense fallen, genau, sehr gut, Mädel, du machst satt, so, na, jetzt ist mir das zu tricky hier, jetzt will ich doch hier noch platt machen, ja, super, okay, einwandfrei, oh, damit hätte ich jetzt nicht unbedingt rechnen können, aber, ah, die Magier, ich rage, ich rage, das ist es mir absolut nicht wert, nicht, dass die Magier da, äh, meine Queen ausschalten, da, da bin ich wirklich mega vorsichtig, also genauso mit den Loons, aber, mit den Loons habe ich da auch echt noch nicht so das Wundermittel, äh, gefunden, wo ich jetzt sagen könnte, okay, das hilft gegen die Loons, ja, du bist, so, dahin, genau, klar, habe ich jetzt zwar die Skelettfallen ausgelöst, sollte aber nicht so genau, sollte passen, ich lasse aber noch den Rage Spell hier so ein bisschen, äh, in der Hinterhand, so, gucken wir mal, ich denke jetzt das nächste wird das Rathaus sein, mach mich nicht unglücklich, genau, ja, einwandfrei, einwandfrei, jetzt muss ich mal gucken, ja, aber mehr wird es nicht, aber ich meine, ganz ehrlich, sechs, das sind zwei Pokis, das ist auch, hm, es ist nicht so schön, muss ich jetzt mal so sagen, Loot war eh blöd, aber ich meine, mit dem Bonus passt es ja, aber das ist jetzt nicht, nicht wirklich toll, aber wie gesagt, man hat wenigstens wieder ein bisschen was, und die eine Kaserne habe ich eh im Boost, also von daher, ähm, okay, so, jetzt natürlich gewartet, bis sie so weit wieder geheilt war, juhu, meine zwei Pokis, ähm, ja, den Rest seht ihr, gleich wieder, ich habe noch kurz eine Frage an euch, wie sieht denn das aus, gibt es irgendwo eine Art, äh, Übereinkunft, weil ich habe das ja jetzt mittlerweile mitbekommen, das hat ja einer kommentiert, im Bereich, zum Beispiel Savage 7, wenn man jemanden aus dem Clan hat, beziehungsweise einen, von Savage 7 angreifen würde, soll man jemanden in die Townhouse snipen, und so weiter und so fort, okay, das ist so eine Übereinkunft, genau, Übereinkunft, so, ähm, gibt es noch irgendwo so eine Übereinkunft, von wegen, ähm, wie jetzt zum Beispiel bei meinem dunklen Elixir, das möchte ich gerne opfern, habe ich ja gesagt, das ist ja eigentlich herausgestellt, bla bla bla, dass man jemandem halt sagen kann, oder zeigen kann, was weiß ich, wenn da zum Beispiel rechts daneben eine Mauer steht, im Winkel von 90 Grad, äh, sagst du, yeah, äh, da ist keine Falle oder sowas, so nach dem Motto, weil ich möchte denen ja gerne sagen, hey, kein Thema, nehmt das bitte, it's free, it's yours und fertig, äh, gibt es da irgendwas, das wäre für mich ganz, ganz interessant, weil wenn das so wäre, würde ich das natürlich noch, in, in Space Layout mit reinnehmen, logischerweise, und dann hätte ich da, denke ich mal, ein bisschen mehr Spaß mit dabei, aber wie gesagt, also alleine so, du guckst und denkst dir, 94 Pokis, what, alter, what, in 12 Minuten, richtig, richtig cool, dachte ich mir, boah, die nerven voll draußen, ich werfe gleich mal eine Bombe runter, geht gar nicht, alter, weil die hupen halt, ich meine, klar, ich komme gleich runter, aber, hm, so, ah, cool, so, ich quatsche wieder zu viel, es wird gleich wieder weiter geskippt, und dann ist das, schick, na, hier haben wir doch wieder was, oder? Sehr nice, sehr nice, und hier wirklich nur, also ich probiere kurz mit dem, boah, und dem, dem, dem greife ich auch nicht weiter an, also, oder mache ich da noch, doch, scheiße, ey, ich, das ist, ich weiß, das Verhalten ist echt mies, aber ich will ihm nicht, nicht die, äh, die Dings klauen, das muss ich ja auch mal sagen, also, ich will ihm ja nicht die Ressourcen klauen, sondern, die darf er ja gerne behalten, da habe ich ja gar kein Problem mit, sondern, ich will halt nur, in Anführungsstrichen, die Pokis, weil ich kann halt nicht, äh, ich sag mal, ich verschenke nicht irgendwie fast 10 Pokis, dass es mir irgendwie, ich glaube, das könnt ihr verstehen, da, da gehe ich einfach davon aus, also, jeder, der so weit oben war, der kann das gut verstehen, dass man da nicht 10 Pokale wegwirft, so, jetzt gucken wir, und dann kann ich halt hoffentlich reagieren, weil wenn ich jetzt hier schon wegkliere, dann rennt die halt nicht draußen rum, und das will ich ja aber, ich will ja schön, dass die draußen alles wegsnackt, genau, wie gesagt, behalt du gerne dein Elixier, vollkommen in Ordnung, stehe ich voll drauf, du machst das, da kommen die Heiler gar nicht hinterher, na, knappe Kiste auf jeden Fall, aber ich, will sie eigentlich noch nicht ragen, wenn die Kanone weg ist, dann, sollte das passen, ja, geh bitte nicht rein, das kann ich mir nämlich gut vorstellen, dass die sich jetzt sagt, ach gut, okay, komm, ja, das Elix-Lager schnappe ich mir, genau, ich lasse das, wie gesagt, draußen noch ungecleared, ah, ich weiß nicht, ob mir die Zeit wegrennt, ah, scheiße, warum rennst du rein, da, wo man es mal nicht haben möchte, na, wir gucken, ah, jetzt holt, egal, ich meine, ich habe ja noch meinen Rage, den habe ich ja noch, gucken wir mal, wie die Riesen zuhauen, ja, doch, die hauen schon gut zu, ah, jetzt, jetzt, okay, jetzt kommt Inferno, und dann muss ich, bitte raus, nee, nee, komm, das ist es mir nicht wert, das ist es mir nicht wert, schade, wirklich, ich hätte gerne natürlich die, aber, ja, geht halt nicht, äh, jetzt pennt die schon lange genug, äh, in der Zeit, ja, aber ich habe immer einen neuen Pokal mitgenommen, passt, äh, ja, das soll es für die Folge gewesen sein, ich hoffe, ihr hattet Spaß, wie gesagt, ich schneide das jetzt zusammen, und, ja, wie gesagt, wenn das euch gefallen hat, dann lasst den Daumen nach oben da, und, ihr haut rein, ciao.